Musik Digga, steht jemand auf diesem Turm? Da steht ja wirklich jemand. Lass ihn gehen. Hallo, hier ist Slumdirk. Was ist denn, mein Mann? Oh, du bist blöden, du bist blöden, mein Mann. Nicht Probleme. Lass mich dir helfen. Lass den Kugel. Lass den Kugel. Lass den Kugel. Ja, Leute. Du musst nur ein Magdorf finden. Danke, danke. Du bist am liebsten. Oh, da sind andere Leute. Da sind alle. Hallo, Leute. Ich bin am liebsten. Hallo, Herr. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Das ist unfriendlich, mein Freund. Don't do this. Please not, my friend. I'm friendly. I don't want to harm you. Please put that gun down. We don't need to do this, my guy. We don't want the situation to escalate. So, jetzt sehe ich ein bisschen anders aus. Jetzt kann ich die Jungs mit gutem Gewissen jagen. Ne, ich will sie nicht jagen, aber... Ich habe Bock auf Kontakt. Bisschen was machen mit den Jungs. Mit den Boys. Sind wahrscheinlich weitergerannt direkt, ne? I could imagine... Ja. Da vorne rennt einer. Die sind weitergerannt hier. Ja, hier sind sie doch. Die Boys. Ja, lass halt mal hinterher gehen, ne? Ja, die spielen zusammen. Also zuletzt waren sie jetzt da drin. Rucksack. Kann man ja mal nehmen. Dann noch das Ding für die andere Optik. Ja, aber... Ich weiß nicht, wo sie hin sind jetzt in dem Moment. Ich habe hier gechillt. Und sie waren hinter dem Haus. Also hätten sie, so dass ich sie nicht bemerke, eigentlich nur... in diese Richtung hier verschwinden können. Alles klar, da unten sind sie wieder. Ich habe sie entdeckt. Dinger, was rallt ihr, Jungs? Rallt ihr irgendwas? Oh, scheiße. Einer liegt. Das sind aber zu viele. In my opinion, at least. Okay, da oben rennt einer gerade weg. Okay. Okay. Ah, kacke. Kann nicht mehr viel machen Schön, er hat seinen Mac neu aufgefüllt Hat doch noch einen Schuss, ne? So, erstmal moven Erstmal moven So, erstmal moven